moin moin youtuber und herzlich willkommen wieder zurück zu assassin's creed 3 und ja ich habe auch den ersten den zweiten brotherhood und revelations auch let's play gehabt und ja ich habe die echt extremes gefeiert weil ich so gesehen auch seit den ersten teil wirklich in der serie reinkam weil ich glaube es ist soweit auch weiter verfolgt und ja es hat schon annehmbare veränderungen jetzt in letzter zeit gegeben und ja es kommt ja auch bald auf xbox one kann ich euch soweit sagen wird auch assassin's creed 4 black flag ja als projekt kommen freut euch auf jeden fall drauf weil deswegen wollte ich auch noch mal die dritte teil ja auch noch mal spielen willkommen im auftrag von edward bradoff oder nicht willkommen in boston sequenz 2 natürlich oder ja wir sind ja sequenz 2 denke ich mal können wir das sehen hier können wir das sehen dna sequenz haben wir ja soweit fertig gehabt und wir sind jetzt in sequenz 2 da seht ihr drei erinnerungen die wir so gesehen gespielt haben und als nächstes ihr seht ihr auch soweit auch alle anderen erinnerungen wir haben jetzt zum beispiel eins jetzt davon erfüllt da kommt der nächste balken kommt der nächste balken der nächste balken also wenn ich jetzt hier gucke eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf 12 sequenzen gibt es hier bei der hauptmission und dann gibt es dann auch weiter andere die denn auch andere farben haben und ja hier haben wir denn eben halt fünf erinnerungen dieser sequenz und ja so lange bis er kommt ich dachte ich hatte ich hatte gehofft dass er mich unterrichtet wenn ich dem orden dienen soll kann ich mir wirklich keinen besseren mentor vorstellen das ist sehr gut von euch aber ich glaube ihr überschätzt das ist nicht unmöglich hier entlang das nix nochmal ach die dame ey da nehmen wir schon gleich den dieb mit den apfel weg ah toll da will ich nicht auf help machen hier Boston ist eine lebhafte stadt es gibt alles mögliche zu sehen und zu tun wenn ihr eingewöhnt seid solltet ihr euch zeit nehmen und die straßen ablaufen wer weiß welche möglichkeiten Großbritannien ein Moment ich muss etwas besorgen bevor es an die arbeit geht ich besorge pferde während ihr das tut ein gemischwaren laden finden ok wie er rennt er voll so schnell viel dynamischer am rennen hier ich meine hier ist auch immer was los hier ne verdammte schnösel diese stadt wird nochmal mein tod sein der scheint erregt mein freund weil ich es bin sehr ungenau zu sein was ist denn ich wurde beraubt gebinde und ordner und obwohl ich bereits alles zurück habe fürchte ich es ist ruiniert ihr meint das buch das ist kein ordinäres buch es ist ein Almanach der erste den ich schrieb Benjamin Franklin ist mir eine Ehre Hayden Kenway ihr seid sicher neu in Boston warum sagt ihr das ihr besitzt immer noch Anstand haltet an und helft einem alten Rüpel wie mir ich ich will euch nicht bedrängen aber ihr scheint recht agil zu sein wenn ihr meine fehlenden Seiten finden solltet belohne ich euch seht ihr ich bin nicht sicher ob schon gut schon gut falls ihr Zeit dazu habt hurra falls nicht auch nicht schlimm im jetzigen Zustand ist es ohnehin nutzlos doch solltet ihr es schaffen es wieder herzurichten werdet ihr mich bei dem Händler dort drüben finden der neue Boston Weekly Advertiser nun das war interessant ha 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 ja Seiten des Almar nach Almanach von 1733 Band einsammeln ja und das ist recht interessant ähm was ist mit denen jetzt hier hä 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 hund streicheln hund streicheln hund streicheln was braucht ihr mein Herr kaufen normale Waffen sind wohl eher Schwerter und sowas Geschwindigkeit Schaden und Kombo und normale Schwerte haben wir mal Steinschlosspistole Steinschlosspistole die hat aber ganz schön was gekostet ne für eine Schusswaffe so naja wenigstens sind wir jetzt ausgestattet ich glaube jetzt sind ja auch hier so Kinder und sowas ich glaube jetzt sind ja auch hier so Kinder und sowas wir reiten zur Green Dragon Tavern die Besitzer sind exzentrisch doch die Zimmer sind geräumig und man stellt dort keine Fragen wurde euch gesagt warum ich nach Boston gekommen bin nein Master Birch sagte ich bräuchte nicht mehr zu wissen als ihr mir sagt er schickte eine Namensliste und bat mich dafür zu sorgen dass ihr sie findet und hattet ihr schon Erfolg damit William Johnson erwartet uns schon im Green Dragon wie gut kennt ihr ihn nicht gut aber er sah das Zeichen des Ordens und zögerte nicht zu kommen beweist mir eure Loyalität und ich weihe euch in meine Pläne ein nichts wäre mir lieber so so da reiten wir erstmal soweit Green Dragon Tavern so dann gehen wir mal rein oder ja du lügner, betrügender, nichtsnutziger Schweinehund kommen wir vielleicht ungelegen oh, seid nicht albern meine Lieben setzt euch bitte wollt ihr etwas essen? einen Drink vielleicht? oder braucht ihr ein Nachtlager? wir haben schon Zimmer bestellt oh, ja natürlich die Herren Lee und Kenway, nicht wahr? äh, ich lasse euer Gepäck nach oben bringen äh, benötigt ihr sonst noch irgendetwas? nur Ruhe nur Ruhe schau jetzt die Folgen William Johnson William Johnson ein Vergnügen ein Vergnügen guter Junge vielleicht ein wenig ernst ich hörte, dass ihr eine Expedition zusammenstellt wir vermuten eine Stätte der Vorläufer in der Region mit eurem Wissen über das Land und seine Bewohner könnte ich sie finden leider wurden meine Forschungen gestohlen ohne sie kann ich euch nicht helfen dann finden wir sie habt ihr eine Spur? mein Partner, Pommes Hickey hat sich schon umgehört er versteht's gut, Zungen zu lockern dann sag mir, wo ich ihn finde und ich werde die Dinge beschleunigen es gibt Gerüchte über Banditen, die südwestlich von hier ihre Basis haben dort solltet ihr ihn finden Charles? Sir? wir brechen auf natürlich da haben wir erstmal unseren Freund Charles wir können ja noch mit denen hier noch reden da gibt's nichts in Irland geboren, katholische Eltern und ich merkte schnell, dass man damit keine großen Chancen hat also wurde ich Protestant und reiste auf Geheiß meines Onkels hierher doch ich fürchte, mein Onkel Peter war nicht der klügste Kopf er wollte mit den Kanyen Kahaka Geschäfte machen doch er hat sein Haus lieber fernab der Handelsroute gebaut und nicht auf ihr ich wies ihn natürlich darauf hin, aber wie gesagt, nicht der klügste also nahm ich all mein Geld zusammen und kaufte mein eigenes bisschen Land ich baute eine Farm, ein Geschäft und eine Mühle zwar sehr bescheiden, aber in guter Lage und das macht den Unterschied so machte dir Bekanntschaft mit dem Mohawk in der Tat und eine äußerst wertvolle dazu doch keiner eurer Kontakte kennt eine Stätte der Vorläufe kein versteckter Tempel oder antike Bauten ja und nein das soll heißen sie wissen von diversen heiligen Orten Erdhügel, Waldlichtungen, Höhlen doch keiner passt auf eure Beschreibung aber nichts aus Metall und kein Leuchten sie liegt also gut versteckt sogar für sie scheint es ärgert euch nicht Freund ihr bekommt euren Schatz der Vorläufer versprochen dann auf unseren Erfolg auf baldigen ohja können wir weiter mit den quatschen sollte nicht mehr lange dauern ok also wir haben ja auch 5 Schuss bei der Waffe B dann machen wir uns nun auf, oder? naja, hier sind wir draußen sprechen wir mal mit denen hier Johnsons Botengang Thomas Hickey? Wer will das wissen? Haytham Kenway Müsste ich euch denn kennen, hm? Zeig etwas Respekt, Bursche Ruhig, Charles William Johnson schickte uns in der Hoffnung eure Suche zu beschleunigen Braucht keine Beschleunigung und auch nichts von eurer feinen Londoner Art, danke ich habe die Diebe längst gefunden warum hängt ihr dann faul hier rum? ich überlege wie ich die Halunken klein kriege ich habe eine Idee lasst hören ich töte den Ausguck und beziehe Stellung hinter den Wachen ihr beiden kommt von vorne sobald ich das Feuer eröffne stürmt ihr rein damit haben wir das Überraschungsmoment die Hälfte wird fallen bevor sie merken das geschehen ist ein guter Taktiker unser Kenway geht in Position aber wartet bis ich den ersten Schuss abgebe da mussten wir erstmal wieder nachladen oh hä? kommen wir da nicht hoch? hast du doch was geht in ihm? was geht in ihm? ach so habe ich aufgenommen ok alles da so ach ach quatsch ach quatsch ach 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 Soviel zum Überraschungs- Das war doof. Das war kein Überraschungsmoment. Da muss die Steuerung klarkommen auf jeden Fall. Muskete nehmen. Nehmen wir einfach mal jetzt hier die Muskete. Ja, Mann. Boah, die Steuerung ist ja ganz anders. Also sprich, ähm, so. Oh. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Die Leichen haben sicher auch Taschen. Wäre doch eine Schande, da nicht reinzuschauen. Sagt ihr verrückt? Falls ihr es vergessen habt, wir haben etwas zu tun. Ach, das müsste mir nur immer den Spaß verderben. Den Spaß darf man niemals aus den Augen verlieren. Genauso wie unser Ziel. Bestimmt kommen noch welche. Woa, woa, woa. Bombs. Komm her, du. Sack. Nein. Oh, komm doch her, du. Ja, da kannst du dich wehren, ne? Da kannst du dich wehren. Nur ein paar Teufel mit Messern. Nichts Besonderes. Diese Halunken habe ich auch nicht gemeint. Scheiß voll im Blut. Sieht auf jeden Fall richtig sehr, sehr cool animiert hier aus. Da haben sie echt, ja, schon mal mehr Mühe gegeben. Nichts anders zu erwarten, eigentlich. Aber man hätte es ja hier auch schon so gesehen erwartet, aber es sieht auf jeden Fall recht belehnt aus. Ich kann jetzt hier euch bloß machen. Ich kann jetzt hier euch bloß machen. So, ich kann mich gleich mal um die da hinten. Hmm? Okay. Oh Mann. Das war dann wohl der letzte. So, da haben wir um alle gekümmert. Bitte schön. Habt Dank, Master Kenway. Nun, sagt mir, was ihr benötigt. Die Bilder auf diesem Amulett, kommen sie euch bekannt vor? Habt ihr so etwas vielleicht bei einem der Stämme gesehen? Es scheint von den Kanyen Kehaka zu sein. Könnt ihr es einem bestimmten Ort zu ordnen? Ich muss wissen, wo es herkam. Mit meinen Forschungen vielleicht. Mal sehen, was ich tun kann. Thomas. Was? Mietet euch ein Zimmer. Und gönnt euch ein Bad. Wir werden wohl eine Weile hier sein. Dum-dum-dum. Ach so, oben können wir ja schon mal unsere nächste Mission kriegen. Der nächste auf der Liste. Guten Abend, Gentleman. Schau mal an. Ach bitte, Charles. Ihr werdet ihn bald mögen. Ui! Catherine, alte Schabracke. Her mit dir. Papa braucht einen Drink. Wie läuft eure Suche? Mathematik und Karten reichen nicht. Eure hiesigen Kontakte? Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen, bevor sie etwas preisgeben. Ich wüsste was, was denen auf die Sprünge hilft. Es gibt einen, der besonders keine Etianer für's Kraft. Befreit sie, dann schulden die uns was. Wisst ihr, wo sie sind? Ich fürchte nicht. Benjamin Church aber. Er ist ein sehr patenter Mann. Und er steht auf eurer Liste. Und ich fragte mich gerade, wen ich als nächstes anwerbe. Wohl an. Recht lustig. So, dann machen wir uns ja mal auf. Der Chirurg. Wunderbar. Charles? Sir? Wer hätte das gedacht? Wir sind wohl nicht die einzigen, die nach Mr. Church suchen. Mist, er könnte überall sein. Was tun wir jetzt? Ihn finden. Ich zeige euch, wie. Ha, okay. Von Kenway kann man auch was lernen. Benjamin Chots Nachbarn untergetaucht belauschen. Nicht-tütliche Waffen, orangefarbene Markierungen bedeuten Vorsicht. Diese Ziele dürfen nicht getötet werden. Benjamin Church. Aufgeblasener Knapp, das Boston Country Journal. Ja, mein Schüler hat viele Jahre lang für ihn gearbeitet. Sein Geschwister ist sehr gut. Ein kluger Mann, der sein Handwerk wirklich versteht, nicht? Sollen wir seiner Familie schreiben? Was meinen wir? Wir sollten uns nicht einmischen. Auch wenn es mit guten Absichten geschieht. Aber wenn ihr es gesehen hättet. Sie waren sicher betrunken, so wie sie sich aufgeführt haben. Am helllichen Tag. Unerhört. Aufgeblasener Knapp. Das Boston Country Journal. Die Welt für einen Penny. Ah, verstehe. Ganz kandalöses Benehmen von einem, der Chirurg werden will? Kann er vergessen, wenn er weiter so viel trinkt? Eine wahrhaft schändliche Vorstellung. Benjamins Eltern wären sicher entsetzt. Vielleicht sollte ich jemanden schicken, der ihn holt. Bevor er seinen Ruf voll und ganz ruiniert. Richtung Nordosten sind sie getaumelt. Bestimmt zu irgendeiner Spelunke oder anderen verrufenen Orten. Befrag zuerst die Leute auf der Straße. Ich suche mir ein Versörer. Okay. Wir haben ja natürlich auch Assassinenfähigkeiten. Aber ich finde Kenway eigentlich recht schnell, so. So als dass es hier nur so von der Bewegung ist. Es ist alles so viel schnellerer. Irgendwie werden die Spiele heutzutage auch immer dynamischer. Also sprich, es läuft alles viel schneller. Und man hat nicht mehr diese doofen Patze andauern, so wie man das ja echt immer hatte. Okay, da ist nicht mehr der Waffenauswahl im Menü. Das haben die hier ganz komplett anders gemacht, ne? Das ist ja geil. Was er so drauf hat, Kenway. Da ist es wieder wie, wo hockt ihr auf den Dächern rum und so weiteres. Gibt es bestimmt auch welche. Neu-Surf-Meeting-Haus. Aber alles viel schneller, finde ich. Ist richtig cool eigentlich. Passt eigentlich her von den Elan und alles. Schon cool. Freue mich schon auf Black Flag. Dernst auf Xbox One. Neck-Gen. Drauf da. So. Und die Inkonation ist denn hier. B. Ja, übertreib. Dann würde man doch voll gleich drunter fallen. Der hatte ja voll die perfekte Bilanz. Mit ein bisschen Glück. Da ist einer von denen, wo Benjamin ist. Nein! 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 Das war so Fail. Das war so Fail. Bis zum nächsten Mal.